Jo und willkommen bei einer weiteren Folge von Super Smash Mops. Das letzte Mal hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Da dachte ich mir, spiele ich nochmal und auch wieder mit der gleichen Klasse. Oh ja, oh, oh nein. Oh nein, oh nein, nein, nein. Oh fuck, oh fuck. Der unfaire Creeper ist mal wieder am Start. Ähm. Oh Gott, ja, ich weiß nicht, äh, die Klasse Skate macht mir irgendwie Spaß. Und weil ich diese ganzen unfairen, ähm, nicht Skills, Charaktere nicht habe, wie zum Beispiel den Creeper, der eigentlich viel zu OP ist, wie schon gesagt, der einfach übertrieben ist, overpowered ist. Ich habe jetzt schon mein erstes Leben verloren. Ähm, ich denke mal, der Creeper ist Creeper Carl. Nein, nicht mal. Oh, oh nein, oh nein. Alter, wie der Damage macht. Komm, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Oh nein, tot. Er ist tot. Oh, gut. Oh, nice. Oh. Nein, ich bin tot. Fuck. Ich habe noch zwei Leben. Ich habe noch zwei Leben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Der Creeper geht auf mich. Ist mir aufgefallen. Nachladen. Okay. Bam. Jawohl. Komm, du kommst mir nicht her. Du kommst mir nicht her. Ja. Ja. Ja, er ist tot. Ich bin jetzt alleine gegen Cross Town Town Rain. Achso, Town Ray. Ach, eh der Creeper. Okay, okay. Da hinten ist er. Mein Bogen ist bereit. Und er ist da hinten. Die Runde wird jetzt ganz schön kurz. Ich weiß nicht, warum die so schnell so ein Leben haben. Nein. Oh, nein. Oh, gut. Oh, gut. Komm her. Komm her, Cooper. Sehr gut. Wieder getroffen. Nein. Nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. War das ein Fail. Wie ich da einfach runterfalle. Weißt du? Typisch. Okay. Er hat noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Es wird ein spannender Kampf. Es wird ein sehr spannender Kampf. Wieder getroffen. Er ist gestorben. Einfach wieder gewonnen, motherfucker. Wieder gewonnen. Letztes Mal habe ich auch schon gewonnen. Und das letzte Mal ist eigentlich vor fünf Minuten gewesen. Denn ich nehme ja, wie jedes Mal auch schon in der letzten Zeit, nehme ich im Voraus auf. Und ich hoffe, die sehr, sehr kurze Folge hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es wirklich so kurz war. Aber ich kann ja nicht wissen, dass ich alles so schnell wreckle. Das Video ist dann hier vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.